Helene Fischer, Fußballfans rebellieren gegen Konzert im Stadion Schlagerstar Helene Fischer hat für das Jahr 2026 ihre große 360-Grad-Stadion-Tour angekündigt. Die Sängerin tritt in mehreren Sportstadien auf, doch nun gibt es Gegenwind aus den Reihen der Fans des FC Bayern München. Am 17. Juli 2020 tritt Helene Fischer in der Münchner Allianz Arena auf. Es ist die erste bestätigte Musikveranstaltung im Stadion des FC Bayern München, bisher wurde die Spielstätte des Bayerischen Vereins ausschließlich für Sportveranstaltungen genutzt. Einige Fans des FC Bayern München sind über das Konzert weniger begeistert und bringen das auch zum Ausdruck. Das Stadion tut mir leid, meint ein Nutzer und ein anderer bütet, ist das ekelhaft unsere Arena für sowas zu misshandeln. Helene Fischers Verhältnis zu den deutschen Fußballfans war und ist nicht immer einfach. Im Jahr 2014 feierten Zehntausende Fans euphorisch mit dem Schlagerstar und dem DFB-Team den Weltmeistertitel in Berlin. Im Jahr 2017 sang die Künstlerin in der Halbzeit des DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, während und nach ihrer Darbietung wurde Helene Fischer massiv ausgepfiffen. Bei der 360-Grad-Stadion-Tour sollen die Konzertbesucher ihrem Star so nah wie möglich kommen. Die verschiedenen Bühnen sind dabei komplett von Zuschauern umgeben. Die 39-Jährige und ihr Show-Team besuchten dabei neun Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.